...weiter, wo du noch nicht warst. Du läufst immer davon weg. Okay, das ist natürlich toll. Hier ist ein Rätsel. Kein Rätsel? Ja, hier geht's weiter. Kein Rätsel. Please wait until everyone got ready. Auf diesen Löwen her. Achso, das ist du break. Dann passiert irgendwas. Hä? Ähm, ja. Franz, guck mal die Statue da vorne rechts an. Oh. Press it. I dare you. Die müsste sich bewegen. Ich guck mal nach, was da ist. Ja, die bewegt sich. Ähm. Ja, aber was müssen wir damit machen? Ja. Eins nach links, bitte. Ich habe hier hinten eine... äh, ein Panel habe ich ja auch für so ein Pferd. Ich guck mal nach links. Hier gibt's vier verschiedene Statuen, die wahrscheinlich auch in die richtige Position gerückt werden müssen. Ja. Ich habe hier einen Löwen. Ich hatte hier ein Pferd. Was haben wir da noch? Aber wir bräuchten eine Vorlage. Und dann noch ein Vogel. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwelcher Bullshit. Hier haben wir noch einen zweiten Vogel. Ich glaube, das ist dafür notwendig, um voranzukommen. Na ja, also da oben war eine Tür, wo ich gesagt habe, hier geht's weiter. Ah, dann gehen wir mal hin. Ja, ich guck doch nicht rein, weil... You must waiting before an Alaretti. Ach so, dann gehen wir mal dahin. Guck mal her. Okay. Auch mal wieder. Denjenigen, der sich das die ganze Scheiße anguckt. Tadaaaa. Okay, da sind eigentlich immer die dunklensten Gänge. Ach, ich hab so einen ekelsten Töker auf dem Ohr. Neeee... Hmmm, das ist aber auch vom Enviament. Also ich habe hier alles relativ leise gemacht, weil die Mucke auch, die geht total auf den Se... Oh. ZOMBI. Tod! Oh. Oh, oh! Na. Ey, da brauchst du meine Knifte hin, verfluchte Acksmann, du! Du weißt, du musst die auch erschießen. Ich komm gleich wieder, aber... Nöw mal kurz Eis holen. Hä, ist Eis? Wir? Juhu! Und? Ist ja nett. und wenn wir mit Apokalypse und er hätte sich rein sollen und ja so wie Apokalypse egal ob das in einer der Wien besteht oder ich bin interessiert und das bitte schon ob so einer das ist ja blöd und ich muss gucken ja es wird uns nur den leitet den nötig oder in den letzten und die ganze bestimmte einen Rundbäumer war das oder so durchlockt wir brauchen den Schlüssel oder genau was es gibt zwei Wege einmal bei der den ihr gerade gegangen seid und der hier im anderen waren Zombie jeder Kammerer brettet ihr das stimmt das muss man vorher weil ich habe nur noch zehn Energien zehn Energien ein Ende und er hat eine Spurze ich habe noch zwei Schuss ja und das ist echt toll bei einer halbautomatischen Knifte wie die hier also bei sie wie er kommt wieder irgendwas mit einem Kettensägen Ding oder oh ja und er hat mich total niedergesägt haut ab Leute haut ab so Freunde oh fuck hätte ich nicht so ein Scheiß-Ping hätte ich jetzt sogar noch gesehen wie der gestorben wäre wirst du Hälte, Hälte, Hälte das ist jetzt blöd weil Mäh, hast du auch eh noch? hier hier ging es lang ja Junge oh das ist ne Magnum schöne Colt machen super seid ihr jetzt alle tot oder? nein, alles schick schon wieder so ne Apponator-Weapon das Ding hat nen Magnar auf mich geschossen ist so n'schick ach ja hier einfach mal irgendjemanden hinterher, da zeigt mir den Namen nicht an Nach-Break Hi-Break jetzt aber richtig jetzt aber richtig jetzt aber richtig Fumpe-Gee sorry Könnt ich ja nicht wissen, was vorher überlegen wurde glaubt mich jetzt mal verabschieden warum? meist in der Zeit noch alles weg ah und ah und da jetzt, wo's spannend wird Hallo? heute, das zeug nicht da Air-Break, ich hab mal mein Zeug dahingeschmissen warum haust du ab? ich brauche Hilfe jetzt ich bin nochmal raus ok, mach's gut viel Spaß noch oih ja tjkad servos ich wurde von einem Zombie an ein Bett gefesselt also der an ein Bett gefesselt ist gedaurot und dieses Geschiggel steigt gleichzeitig Das ist komisch. Ja, der kann fliegen. Kann nicht sein, dass er aufsieht. Kann nicht sein, dass er aufsieht. Warum ist der schon abgehauen? Wir haben noch nicht mal das erste Kapitel abgeschlossen. Warum habe ich hier so eine Drecksknifft, ey? Oh, ne. Da kriege ich schon noch Plack. Das ist ja auch noch drin. Oh, cool. Ich spritze. Ja, damit kannst du dir ja irgendwo Energie wieder auffüllen, ne? Ja, ach ne. Ich wollte es nur Bescheid sagen, aber ich habe die wenigsten ab hier. Also nehme ich die mir einfach mal mit. Jo, mach das. Ich muss auch sagen, dass mir diese Kopfbewegung, diese Figuren ja etwas auf den Keks gehen. Also das ist schon anstrengend manchmal. Ähm, ach, da bist du ja. Lecker, kommst du. Hier, U-Bahn-Station und so. Ich weiß. Der ist doch schon hier unten. Wir warten nur noch auf dich. Ah ja. Ich habe den vor zwei Minuten noch da oben gesehen. Gar nicht wahr. Ah ja, wie weit ist in dir das blöde Kapitel noch? Oh Gott. The Ring-Mädchen. Ich habe keine Muen mehr. Das ist ja drin. Naja, einfach nur was. Hm. Hm. Ahlala. Super. Hinter dir. Die fallen sind schon oben. Ähm, Franz, das war hinter dir. Hm, 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 hm. Schon wieder hier? Hm. Ich denke, hier liegt irgendwo eine Pistole oder so. Hier liegt nirgends so was rum. Haha. Das sah ein bisschen was wie KI-Fehler, oder? Nee, nee, nee. Ich würde mal ganz einfach sagen, ja. Du bist echt genügend drauf, ja? Aua. Mein Gott, der Glock. Aber ich bin fast tot. Das ist so blöd. Ist kaputt. Hm. So. Geh nicht weiter. Da vorne. Bei der gläsernen Tür. Da muss doch dieses Kapitel vorbei sein. Ach. Das heißt ja, ach. Niemals. Never. Zombie-Apokalypsen sind nie vorbei. Hat ja noch jemand eine Spritze irgendwo oder so? Ja, ich habe eine rumliegen. Oh, das wäre echt cool, wenn du mir die geben könntest. Wo seid ihr? Seid ihr nach unten? Vielen Dank, Kinder. Was gebrobt. Ich bin nämlich... Wir sind nach unten. Ja, wir sind nach unten. Ach, sehr nice. Jetzt wird's gut. Oh, ich habe es jetzt. Oh. Da wieder eine Sequenz. Konklusion. Und was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen kann, spielt das Spiel mal unbedingt im Singleplayer an. Es ist total witzig am Empfang. Mit der Kamera. Ich habe es vorhin schon angespült. Ziemlich gruselig. So ein Funk am Ende. Ja, ja. Es ist schon sehr schockerwitzig. Ich wollte es, aber ich habe es total rei. Andreas Rönnberg. Uh. So sieht er also aus. Einer der ehemaligen Entwickler. Klingt nach einem deutschen Namen. Das ist doch. Das haben sie es auch cool gemacht. Mach. Mach. Hört ihr das auch, wenn ich drücke? Leicht. Ich höre gar nichts. Wenn ich V drücke, dann hört er hier. Get over here. V in seinem Ding und sowas. Guck mal, was wir für einen schönen Ping haben. Ach, wir sind auch von zwei Icon-Rechner. Jeder. Nee, jetzt habt ihr wieder einen Ping. Nice, nice. Beim nächsten Mal können wir dann Kapitel 1 vielleicht anspielen. Ich glaube nicht, dass das Kapitel 1 jetzt war, was wir gespielt haben. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das ist richtig. Das sah ja aus wie das letzte Kapitel. Auch für das letzte Kapitel ist es relativ einfach. Relativ nebenan am Abspann aus. Also werden wir das Spiel wahrscheinlich nochmal spielen müssen irgendwann. Warum nicht jetzt? Habt ihr jetzt schon was vor? Na ja, meine Frau kommt gleich nach Hause, nehme ich mal an. Und die möchte gerne ein bisschen, dass ich nicht so... Ja. Und die ganze Zeit zock. Das war das letzte Level, was du dieses Mal ausgebildet hast. Also hast du dieses Mal nicht mit dem neunten Kapitel angefangen, sondern mit dem letzten. Wie bitte? Das war das tatsächlich Kapitel 1, äh 11 und nicht 1-1. Nee, aber ich habe im Menü, das kann man sich dann im Video gerne nochmal angucken. Da stand Cap 1. Hm, aber für das letzte Kapitel war das verdammt easy peasy. Boah. Ja, gut. Und da waren wir, wie man es auslegt. Oder, das ist wie bei... Ah, wie hieß denn, irgend so ein anderes Spiel, was man von hinten nach vorne von der Story her spielt. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber da gab es schon mal sowas. Da gab es einiges. Hm. Ich weiß, dass 3 war als letzter. War ein bisschen zu spoilern bei dem. Das ist falsch, stimmt. Was sagst du? Achso, ja, stimmt. Normalerweise läuft das ja von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Fällt dir jetzt erst auf. Ich achte sowas nicht. Nee, schon in der ganze Zeit. Nee, ich meine den Pikanter, nicht dich. Lecker. Mir ist das auch schon aufgefallen, aber ich empfinde sowas einfach als Stilmittel. Meck Kakel. Jetzt ist es schwarz. Nee, bei mir ist es noch nicht so weit. Bei mir läuft noch die Schrift runter. Nee, es ist trotzdem schwarz. Du weißt zu schwarz. Hm. Also von der Schrift her schwarz. Ach, du wirst es gleich sehen. Ja, 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 ja. Ich bin ja jeder der Langsamste. Ich habe hier nur 30 FPS. Brauchst unbedingt mal einen besseren Rechner. Ey, ich brauche unbedingt einen besseren Rechner. Das ist auch sauber, was richtig ist. Sein Gamecube hat mehr Leistung als sein PC. Juhu. Na, nee, das soweit würde ich nicht gehen. Aber der Gamecube ist ein toller Konsul. Oh, jetzt hat es gerade gewechselt. Ja, stimmt. Also, mein Alter, ich kann dir nur sagen, ich habe das Ding auf einer zweieinhalb Zoll Festplatte mit 5400 Umdrehungen. Das Ding ist arsch langsam. Und ich bin schnell alt zu. Spielst du auf deinem Laptop? Oh, meine Steam-Bibliothek ist dummerweise auf der langsamsten Festplatte, die ich im Rechner habe. Ja, na gut, okay. Du streamst jetzt ja nicht den Abspann von Festplatten. Selbst wenn. Du hast ja wohl mehr als eine Festplatte im Rechner, oder? Ich nehme hier nebenbei noch auf und daran lege ich das bestimmt. Ja, 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 ja. Guck mal, wer da alles mitgemacht hat. Also, wir haben eine, 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 eine Menge an Schüssen, die daneben gingen, ist aber also. Am LVB. Hm. Das hat's firet. Oh. Oder kann man das abbrechen? Kannst du es mal probieren? Wir haben das Ende 7 gesehen. Ja. 4 Ata, toll. Wer hat denn da alles mitgemacht? Voll krass, übelst viele Leute. Das ist ja mehr als bei Half-Life. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso? Ach so, du bist ja noch beim Abspann. Hallo. Ja, korrekt. Der Metal-Drummer 14 war auch mit dabei. Mal niemanden namentlich zu erwähnen? Ja, ja, ab und zu mal kann man ja mal so Namen rauspicken, die so besonders eindrucksvoll sind, wie Locke. Und Kelso, erinnert mich ein bisschen an Dr. Kelso. Oh, thanks for playing. Jungs, ich mach gleich weiter. Ich mach eh gleich aus. Ja, ich mach eh gleich aus. Hehehe. Thanks for playing. Jetzt ist es wieder weiß. Ja, du siehst gleich noch eine Übersicht. Dummerweise hat uns ja da Red genau 2 Minuten vor der Übersicht verlassen. Ja, Trottel. Könnte man noch sagen, er hat sich seinen Abgang verdient oder auch nicht? Ich würde mal sagen, der muss sowieso das Spiel von Anfang an spielen. Killed bei melee 2, killed bei shooting 19, time taken, damage taken, okay. Ihr habt eine Accuracity von 54. Boah, mehr als ihr. Ich habe auch weniger geschossen. Du hast relativ viel getroffen. Sehr interessant. Ja, du findest nicht einen scheiß Weg, aber treffen tust du wenigstens. Wenigstens was. Genau, das habe ich vorhin gesucht. Aber okay. Gut, Leute, dann höre ich jetzt erstmal auf mit der Aufnahme. Und ihr könnt ja gerne noch mal runter spielen, wenn ihr möchtet. Ich lasse den Server einfach noch an. Hast du noch Bock? Nee, geht nicht. Da muss einer von euch hosten. Ja, du musst dann wenigstens auch auf Ready drücken, ansonsten wird das nix. Ja, machen wir gleich. Also, macht's gut, wenn wir da... Wir spielen das Spiel doch bestimmt noch mal, oder? War doch ganz neckisch. Wenn wir alle noch mal zusammenkriegen, sollte das kein Problem sein. Ja, natürlich schaffen wir das mal noch. Gut, also... Das ist alles, ne, Jungs? Ja, das ist es. Ich möchte jetzt hier gerne die Zuschauer verabschieden. Also, macht's gut, Leute. Bis dahin und tschaußen. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen, wenn ihr möchtet. Servus. Ah, Franz möchte nicht. Also, macht's gut.